Ja, das sieht nur, die untere Hälfte ist einfach heil, die andere nicht. Sieht gut aus. Ist voll mein Stil. Jetzt überleg mal, was du getan hast. Ich hab den anderen. Ich war am überlegen, das noch zuzubauen. Ja. 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 Ja und ja. Hui, au. So. So. Ich geh ja trotzdem mal schneller mit zwei Öfen. Dann guck ich mal, ob ich... Ob du was? Noch ein Dach hinkrieg und dann... So, mal sehen. Dann ist Schluss für heute, sagst du. Ich guck erstmal, wie lange ich für ein Dach brauche. Ach ja, wir haben es wirklich schon halb. Dann war deine Schätzung doch ganz gut. Ja. Das wird jetzt ein ganz normales Dach, also nichts spektakuläres. Hä, warum? Hier machen wir unsere Hütte 2.0 in gut. Ihr habt eine gute Hütte. Ich auch. Nö, man könnte hier oben dann das Feld drauf machen. Eventuell. Hast du das mal? Hauptsache ein Dach. Das sieht auch scheiße aus. Darlene, deine professionelle Meinung? Was denn? Das sieht ja kacke aus, ne? Gebe ich ja zu. Ja. Aber, pass mal auf, wenn ich halt den hier mache, ist ja halt noch eine Lücke. Das sieht ja auch nicht kacke aus. Ja, das sieht besser aus als das andere. Okay. Hier ist einfach ein Baum im Maus. Das muss so. Ein bisschen Holz drin. Ja, kommen sie für aus gar nicht. Hä? Ach so. Ich bin auch ein Idiot manchmal. Zick. Zick. Was hast du? Hattest du? Hattest du sogar so, hä? Was ist das, hä? Ich werde beschossen. Ja, dachte ich. Ich habe mich um dich gesorgt. So, so, so. Ähm. Jetzt muss das ja passen, ne? Kann nicht sein, dass ich noch mehr Holz verwenden muss. Ich könnte allerdings, ich bin gar nicht mehr überlegen, was ich das nächste Mal mache. Ob hier wirklich die Support-Variante verwende? Oder ob ich halt hier so lange verbleibe, so ein paar Sachen vorhaben, um versuchen, Diamanten zu kriegen, damit wir das nächste Mal einfach noch schwimmen können. Ja. Ich weiß noch nicht. Das kann ich aber so schwer, so schwer, darum machst du diese Session, die ganze Entscheidung. Ach so. Ja. Ich bin ja vor allem in einem spannenden Kampf beteiligt. Kannst du mal, dann hast du Eisen oder hast du einen Eimer? Ich kann einen Eimer machen. Mach mal einen Eimer. Einen? Ja. Oder zwei, keine Ahnung. Ähm, ja. Zack, 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 zack. Wofür eigentlich? Was brauchst du? Wasser. Achso, okay. Zack, 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 zack. Ich dachte, zack. Zwei Eimer reichen dir? Ja, dann musst du halt öfter runterlaufen. Alter, bist du... Was ist das denn? Achso, fürs Dach, achso. Ja, okay, sehr spektronisch leer. Ich guck mir noch ein paar Bowskits an. So, so, so. Ich weiß auch gar nicht, ob es sich bringt, hier irgendwie so zu sortieren. Schissel Sunstone, okay. Wo ist es denn hin zu haben? Frag ich jetzt mal so rum. Ja, komm mal zum Dach. Da war ich auch gerade. Ich möchte ein Feld auf dem Dach haben, dann haben wir ein cooles Dach. Ach, dafür war das... Achso. Ähm. Gibt es nicht? Gibt es das gehen? Hä? 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 Wie habe ich denn das gemacht? Komm mal rein hier. Ich kann das nicht nehmen. Ich kann das Wasser nicht nehmen. Nein. Gib mir mal den Eimer. Oh. Jetzt. Ich will nicht sagen, woran es lag. Das ist mir peinlich. Oh man, was hast du gemacht? Falsch, Maus hast du gedrückt. Oh mein Gott. Ich will die ganze Zeit mir denken, so, hä, warum geht das nicht? Hä? So, jetzt kriegen wir hin. Hoppala. Zack. Und... So, fertig. Okay, ich sammle jetzt ein paar Körner. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Oh, 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 oh. Ja? Ich sehe die Kommentare jetzt schon. Eigentlich kannst du sie bauen lassen. Obwohl ich das mit dem Farb-Ding nicht so gut finde, aber man kann es ja mal so lassen. Ja. Da wirst du aber sehr viel harten Kritik, harte Kritik einstecken müssen. Ja. Eher du, weil du das nicht ein richtiges Holz geholt hast. Zurecht. Zack, zack. Oben schläfst du mal oder wie? Äh, ja. So. Kannst du mal rauskommen? Alter Schwede. Hilfe. Zack, zack, zack. Vor allem das ist ein riesen Schwert mit meinem Modpack noch da, alter. Zack. 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 War das seine Spitzhacke, die du reingepackt hast? ja ja kann sein ach so okay dann ja auch so ach ist schon fertig okay warte dann packe ich auch diese kleine schule nach oben hin falls ich ja wirklich irgendwie mich irgendwann mal porte ja sonst nicht mehr durchlegen wenn wir da glaschen machen ja unsere ganze hütte sie verschwemmt leck trotzdem auch mit glas das weiß ich nicht nein das war ein zu hoch ich bin auch ein idiot bin ich besoffen jetzt oder was so 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 vorsichtig glas scheiben nehmen ich glaube das funktioniert gar nicht doch das lädt ja nicht durch oder oder mit dem glas scheiben funktioniert das nicht probieren probieren geht über studieren zack zack so okay warte ach so weil es so gerade ist so ich glaube aber ich habe da oben noch mal wasser weg gehauen so ich glaube aber ich habe da oben noch mal wasser weg gehauen gehabt ach nee es gefällt mir nicht ich brauche noch ein wasser weg m das ist mir gerade so okay vielleicht geht es ja eventuell aber ne echt nicht nein ich habe ich mein bett verloren ne ich habe noch eins drinne warte wie soll ich beide mit kann sein weil du vielleicht dein ins inventar gelegt hast in diese kiste ja so mal sehen ob ich was cooles noch hinkriege in den letzten 15 minuten mal sehen wir es gibt es also unsere umgebung sieht schon mal extrem scheiße und beratert aus weil die ganzen creeper und so ja ich gehe auch noch mal kurz auf die jagd ich komme gleich wieder und dann mache ich was cooles ja ich bin wie gesagt ich bin auch ganz kurz weg deswegen also hier gibt es auf jeden fall einige höhenzer kunden ich glaube ich werde nächste session vielleicht doch hier bleiben ich weiß es noch nicht auch fragen wir fragen aber hey wenigstens haben wir die hundertste folge heute aufgenommen ja und die hat genauso ist genau in der hundertsten folge sowie in der ersten total langweilig und mit dir ja das ist doch premium unterhaltung hier aber sowas von alter die wölfe haben ein armes alter die wölfe haben zwei schafe auseinander genommen die müssen ja auch irgendwie von irgendwas liegen ja könnte ich ja verstehen wenn er kein fleisch gewesen wäre habe ich ihm das fleisch liegen lassen das habe ich jetzt mitgenommen ja restverwertung so jetzt kommt ich habe mich verlaufen wir brauchen eine stunde um uns hier zu finden und dann ich habe es gefunden bist du schon jetzt aus ja ach so warte dann komme ich zack ich werde sehen was du da angestellt hast er ist noch nicht fertig du hast noch eine minute zeit bis ich da bin ich habe vergessen aufzunehmen kannst du noch mal drei stunden ich oh fuck das wird total assoziiert vor allem ich glaube wäre es wirklich der fall du würdest glaube ich aus nettigkeit ja sagen aber wer es die ganze zeit so anpisst nice ah ein sitzecke fucking gloom top ich habe das leben ok ich habe noch eine gemacht schön einfach schön ok da habe ich blumen gepflanzt oh ähm Hallo? Was ist? Nichts. So, mal aufhören. Was? Moment, ich mach mal schnell was fertig. Okay. Okay, wir müssen leider gleich, wenn du, also nach der Aufnahme noch gleich ein bisschen Zeit hast, wenigstens einmal schlafen gehen, damit das Speichert ist, ne? Ja. Also, du bist ja richtig kreativ, ein Steg hingebaut. Ja, der ist noch nicht fertig, der muss sich noch ein bisschen verfallen. Sagst du. Ja. Dann kann ich mich da wenigstens mit meinem Schaukelstuhl hinsetzen und angeln. Oh mein Gott. Ja. Aber einfach, ich bringe dich um. Sieht neu aus. Gefällt mir. Da, da ich von Optik keine Ahnung habe, frage ich dich was, Darlene. Darf ich hier eine Kiste hinbauen? Ähm. Ja, ein, also warte, ich mach ein bisschen. So, hier, in diese Ecke da. Okay. Wird gemacht, Chefin. Soll das zum, zu uns zeigen? Also Richtung Haus oder Richtung, Richtung rechts? Ja, mach das. Ja, ich muss da fragen, bevor ich nachher was Falsches mache. Oh fuck. Wo es hier kacke aussieht. Was hast du da? Hab Sitzekma. Ach so. Ich dachte, du bist jetzt eine Riesenfigur machen und das in die Füße. Ach du schade. Ja, weiß ich ja nicht. Ne, dann, ähm, drehe ich einfach komplett durch. Oh, plötzlich. Ja, dann hast du auch mit deinem Leben aufgehört, so. Weißt du, wie, äh, übelst du heute gebaut hast, wow, wow, und dann baust du da so ein Riesen-Teletubby oder sowas. Oh mein Gott. Wo ist das Cocktail-Glas? Das gibt's nicht. Oh, jetzt hab ich irgendwas hier gebaut. Ne. Fertig. Bauen kannst du. Das musst du dir lassen. Ja. 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 Schickes Haus. Ja. Dieser Kontrast von hell zu dunkel. Ja, das ist dieses, äh, nett und böse. Ich meine, gut und böse, nett und böse, erkennt das nicht. Yin und Yang. Ja, ja, ja. Nied und Pöse. Kann eventuell noch. Willst du bei, bei, bei den gelben Blumen oder bei den weißen Blumen schlafen? Ich schlafe bei den weißen. Okay. Stylish. Einfach nur stylish. Oh fuck, jetzt hab ich mich zugebracht. Womit? Ich muss auch sagen, ich wär so richtig müde, also auch realistisch, ne? Also, wäh, oh Gott. Letzt mich wach. Ich muss mal ganz kurz nach oben. So. So, muss kurz checken wie es aussieht. Hm, ok. Ja, ja, hm. So, ja, jetzt kommen wir ja hier. Yay! WTF? Die Bang. Nee. I'm saying bang 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 die Bang 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 bang. Wir können uns ja das Haus nochmal angucken. Hab ich schön gemacht, ja. Au. Au. Ja, ich bin schon stolz darauf. Ja, komm, ich mein für eine kurze spontane Idee, dass man sich hier mal kurz einrichtet. Ja, warum nicht? Sieht gut aus. Obwohl, ich darf das ja nicht sagen, weil mein Gut ist ja eh immer mangelhaft. Ich glaube, ich habe ein paar Folgen mal so gesagt, so, ja, okay, ja, mein Haus sieht langsam besser aus, als ich halt diesen Rand mit den Treppen gemacht habe, weißt du? Ja. Ja. Und da habe ich gleich auch harte Kritik bekommen. Weil du kriegst so ein Kommentar und dann steht einfach drunter, das sieht nicht besser aus. Ja, aber hey, ich bemühe mich, das reicht doch. Ja. So, ähm, Schluss für heute? Yes. Gut. Dann kannst du drüber essen gehen, dann gleich drüber essen gehen. Ja, gut, bis zur nächsten Woche in einem halben Jahr. Das ist bei dir leider wirklich der Fall, deswegen. Ne, also ich denke, das wird, ähm, kein halbes Jahr, sondern eine Woche oder zwei Wochen, so nachdem wie das Ganze jetzt wird. Jojoyo Ich muss jetzt nur gucken aber, wo ich mein zuhause hab. Ich schalte mir jetzt noch die Koordinaten auf, bevor ich das vergesse. Ja. Okay. Bevor ich mich wirklich porte, und nachher stehst du da. Ja, also ich schreibe auf und sie hat sich ja schon verabschiedet, deswegen Bis zum nächsten Mal und schönen Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Oder eine gute Nacht, falls ihr abends aufsteht und es so verzweifelt seid, dass ihr das seht. Ja, genau. Also, mein Beileid. Happy Birthday, du Pisser. Tschüss.